Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Pitch Band vs. MPE. MPE bedeutet MIDI Polyphonic Expression und ganz einfach ausgedrückt heißt das einfach, dass man mit einem MIDI-Controller sehr ausdrucksstark spielen kann. Das heißt, während dem Spielen dynamisch die Klangfarbe mit Hilfe des Controllers zu verändern. Dazu braucht man meistens einen speziellen Controller oder für MPE definitiv einen speziellen Controller. Aber man kann auch sehr, sehr viel mit einem ganz normalen MIDI-Keyboard machen, das so ein paar Kleinigkeiten hat, aber das hat so, würde ich mal sagen, 90 bis 95 Prozent der MIDI-Controller haben das. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist ein starker Titel, Pitch Band gegen MPE. Oder versus MPE, aber wie schon eben gesagt, geht es ja meistens darum, dass man während dem Spiel mit dem MIDI-Controller Klangfarbe verändern kann. Das kann sein, dass das ein Filter ist oder dass das die Lautstärke ist oder eine Menge andere Geschichten. Und eine ganze Menge MIDI-Controller haben ja so ein Pitch Band-Rad oder so ein Touchstrip, auf dem man so hoch und runter fahren kann oder das Rad, das man so drehen kann. Und dann verändert sich meistens die Tonhöhe. Ich kann das hier ja mal zeigen. Ich lade hier mal einen Polymer rein. Und wenn ich jetzt hier spiele, einen Ton und das Pitch Band-Rad, bei mir ist das ein Joystick, jetzt nach links oder rechts bewege. So, damit verändere ich die Tonhöhe. Und das stellt man normalerweise hier im Inspektor ein. Wenn man auf die Spur klickt, dann sieht man hier, wie viele Halbtöne hier hoch und runter gehen. Das kann ich natürlich auch ändern. Ich kann minus 24 und plus 24 machen und dann quietsche das Ding halt. Apropos quietschen, der Joystick bei mir quietscht. Nicht irritieren lassen, aber dann quietscht der Ton hier. So, meistens, als wenn man nicht gerade Slide-Gitar spielt, auf dem Keyboard braucht man weniger dieses Pitch Band. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, ist das aus. Wenn ich jetzt mein Quietscherad hier bewege, passiert da nichts mehr. So, weil ich will dieses Pitch Band-Rad jetzt für was anderes benutzen. Ich habe ja das Mod-Wheel, da ist ja standardmäßig bei dem Polymer hier das Vibrato verbunden. Und das möchte ich jetzt auch nicht. Das Vibrato finde ich schon irgendwie ganz cool. Ich schalte mal hier auf den Sägezahn um. Vibrato ist schon ganz cool, aber das muss ich nicht hier mit dem Mod-Wheel machen, weil ich einfach sage, okay, standardmäßig, wenn ich den Ton länger halte, sollte das Ding vibrieren. Also schalte ich es hier auf manuell um. Ich sage, ein bisschen weniger, hier ein bisschen langsamer. Vielleicht doch ein bisschen schneller. So, und dann gibt es ja hier die zwei Knöpfe noch, die sagen, wann geht das Ding los. Ich sage mal so knapp bei einer Sekunde. Fängt ja an und dann gibt es so die Einschwingzeit, die machen wir auch nochmal so auf einer Sekunde. Das heißt, nach zwei Sekunden habe ich dann das volle Vibrato am Start. So, man muss das nicht von Hand machen. Das wäre schon mal das Erste, was ich mache. Ja, die Fernsteuerung, die brauche ich in dem Moment nicht. Und so, was ich jetzt mache, ist, ich habe ja mein Pitch-Band-Wheelrad, das was da schön quietscht, habe ich ja freigestellt. Und jetzt will ich das benutzen, um, wenn ich in die positive Seite, auf die rechte Seite oder nach oben fahre, bei mir ist es halt rechts-links, bei einem Pitch-Band-Wheelrad ist es normalerweise hoch und runter, also rechts-links, rechts ist hoch, links ist runter, ich versuche daran zu denken. Das heißt, wenn ich jetzt das Rad nach oben schiebe, möchte ich einen Effekt triggern, wenn ich das Rad nach unten schiebe, möchte ich einen anderen Effekt triggern. Und das kann ich einfach durch so eine Art Umlenkrolle machen. Dann tun wir das einfach mal hier oben hin. So, das ist mein Pitch-Band, das mappe ich gleich mal da drauf. Das heißt, der springt ja immer wieder zurück. Eigentlich ganz gut, dass das Ding quietscht, dann hört man, dass ich da was mache. Und den nenne ich jetzt einfach mal Umlenkrolle oder Pitch-Band-Umlenkrolle. So. Wenn ich könnte, würde ich noch quietschende Pitch-Band-Umlenkrolle schreiben, aber egal. Und für diese Umlenkrolle brauche ich jetzt noch zwei weitere Makros. So, Makro 1, Makro 2, also diese Regler. Und jetzt hole ich mir gleich noch für das Mod-Wheel noch eins dazu. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich will, wenn ich das Pitch-Band nach oben, in meinem Fall nach rechts, also nach oben schiebe. Das heißt, so, wenn ich das jetzt hier so hinschiebe, dann geht dieses Rad in eine Richtung hoch. Wenn ich es nach links oder nach unten ziehe, passiert mit dem Rad hier gar nichts. So, und damit da noch unten was passiert, mache ich den hier noch an, in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, da ich den in die entgegengesetzte Richtung hier drehe und der jetzt quasi rückwärts läuft, geht der hier in die entgegengesetzte Richtung nach oben. Das heißt, ich habe nach vorne, nach oben, nach vorne, oben, wie auch immer, geht mir das Rad, das eine Rad in die Richtung und nach, zu mir, nach links quasi, geht das andere Rad in diese Richtung. So, jetzt habe ich das Pitch-Band schon mit zwei Möglichkeiten versehen und kann jetzt diese beiden Dinger benutzen. Und zwar mache ich jetzt folgendes, ich nehme hier ein bisschen Filter raus und dann sage ich einfach, drehe mir den Filter so ein bisschen rein. Das ist ganz gut, dann nehme ich die Resonanz noch ein bisschen mit hoch. Attack mache ich hier runter, wenn der Ton schärfer wird. Und Sustain auch ein bisschen kürzer, so vielleicht, und den Decay ein bisschen länger. Das heißt, hier vielleicht noch ein bisschen länger, den ein bisschen tiefer. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Im Gegensatz zu. So, jetzt habe ich das Pitch-Band nach rechts, also nach vorne geschoben, schon mal verändert. Und dasselbe kann ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich jetzt das nach links schiebe, also den unteren Regler hier benutze, beziehungsweise zu mir nach unten schiebe das Rad. Dann mache ich hier den Sync auf und den Sync mache ich jetzt zwei Oktaven, also 24 Halbtöne circa. Zack. So, jetzt habe ich die beiden definiert. Das heißt, das ist wunderbar, dass das quietscht, dann hört man das, dass ich da was mache. So, und das, das Rad kann ich jetzt dem Mod-Wheel, dem zweiten Rad oder dem Touchstrip, je nachdem, was ihr da für einen Controller habt, hier hinzufügen. Und ich sage zum Beispiel, ich will jetzt, wenn ich das drehe, so ein bisschen Neues drin haben. So, vielleicht ein Sub ein bisschen rausnehmen. Das ist doch schon mal schön. Dann will ich den Attack noch ein bisschen länger haben. Und den Release noch ein bisschen länger haben. Und was ich noch haben will, ich will hier so ein bisschen Detune drin haben. Da muss ich den hier so ein bisschen anstupsen, da muss ja gar nicht über Null gehen, ohne die Modulation. Ich drücke zwischendurch immer Escape, wenn ich was moduliere. Und drücke hier das Plus. So. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich auch wirklich das Detune hier? Irgendwie kommt mir das gerade nicht so vor, doch. Das musste ich. Das habe ich mit. Hört man jetzt irgendwie gerade kaum. Vielleicht habe ich. Einmal Escape drücken. Nochmal. Doch, ganz leicht hört man das. Und jetzt habe ich schon mal mein Pitch Band in die eine Richtung, in die andere Richtung und jetzt noch das Mod Wheel hier dazu gepackt. So, und was ich jetzt noch machen kann. Ich verbinde das Ganze jetzt nochmal mit einem Reverb. Und zwar nicht in dem Instrument selber, sondern ich packe jetzt in den Bus einen Reverb. Und was packe ich da als alles erstes rein? Natürlich ein Chorus. Ist ja ganz klar. So, den machen wir hier mal ziemlich runter, unter 1 Kilohertz. Dann drehen wir den Amount hier mal so ein bisschen auf. Ja, diesen hier. Drehen den mal so richtig auf. Jetzt machen wir den Reverb rein. Den Reverb drehen wir auch hier ein bisschen auf. Machen wir mal so 8 Sekunden. Machen wir Diffusion und Build-Up hoch. Late Reverb lassen wir mal an der Stelle. Und hier hinten dran, damit es ein schön langer Reverb, packen wir noch ein Delay 2. So, und da schalten wir das Detune aus. Das brauche ich an der Stelle nicht. Mix muss natürlich voll auf. Machen wir mal auf Hälfte. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. So, und das Ganze möchte ich jetzt steuern, indem, dass ich das Mod Wheel bewege hier. Das da. So, jetzt kann ich aber nicht mit dem hier den Centbus bedienen. Ich habe da schon mal ein Video gemacht, das blende ich da oben auch ein. Was man jetzt braucht, ist nämlich ein Instrument Layer. Und der Instrument Layer, da schiebe ich jetzt den Polymer rein. Und der hat ja hier auch diese Modulatoren. Und da packe ich jetzt so ein Makro rein. Und wenn ich jetzt hier den Polymer anwähle, hier auf den Modulationsknopf drücke, dann sehe ich, okay, ich kann das Ding hier bewegen. Das mache ich auf volle Kanne, sage dann hier noch ein Rechtsklick, Map the Controller, bewege mein Mod Wheel und kann jetzt diesen Polymer in den Chorus reinschicken, wenn ich das Mod Wheel nach vorne bewege. Und da kann ich jetzt den Polymer in 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 den Polymer. So, das sind jetzt extreme Beispiele, was man da alles machen kann. Aber man hat mit entweder nur dem Pitch Band oder nur dem Mod Wheel hat man schon eine ganze Menge Möglichkeiten viel zu machen. Hat man beide Räder, ist das natürlich noch besser, wenn man da noch irgendwelche Schieberegler hat. Und noch zwei weitere Hände, vor allen Dingen kann man noch mehr Dinge regeln. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, man spielt jetzt irgendwas und bereitet sich diese ganzen Kontrollen hier vor. Wie gesagt, hier diese Dinge. Wenn man bestimmte Expressions, also Werte, Parameter verändern will und spielt die dann nacheinander dann ein. Also guckt dann immer, je nachdem wie viel Ausdruck man da reinlegen kann. Aber oft genug ist es ein Filter oder ist es eine Lautstärke. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch nochmal Aftertouch für irgendetwas benutzen. Ich weiß jetzt zwar echt gerade nicht für was, aber doch, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal Press, ist hier Aftertouch. Ich könnte einfach mal die Bässe hier rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie hoch das geht. Oder von mir aus auch die ganze Geschichte hier rüber drehen. Also jetzt hört man das nicht. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Und vieles damit machen. Also ja, das heißt, auch wenn man keinen MPE-Controller hat und auch gerne eine gewisse kraftvolle Ausdrucksweise beim Spielen haben möchte, kann man das mit ein, zwei Controllern, beziehungsweise Pitch Band ist ja eigentlich zwei Controller schon, kann man das machen einfach durch so eine Umlenkrolle, wo man dann die eine Seite und die andere Seite getrennt voneinander wie so ein Split-Keyboard machen kann. Und ja, und dann hat man schon echt eine Menge Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man dann noch mehr expressives Spiel braucht, dann muss man halt das nachträglich einspielen oder dann per Automation zeichnen. Oder man langt halt in die Geldbörse und holt sich dann einen entsprechenden Controller. So, das war es an der Stelle. Mir war einfach nur noch mal wichtig, das hier mit dem Instrument Layer auch zu zeigen. Und auch gerade mit dem Reverb von Bitwig. Einfach vor dem Bitwig Reverb einen EQ oder vielleicht am besten sogar einen Chorus noch vorne dran machen, die ganzen Höhen rausballern. Dann hat man auch diese metallischen Höhen nicht, wenn man schon den Sound von vorne rein so präpariert, dass er dann in dem Reverb selber dann klingen kann. Ich kann da ja auch quasi wie so ein Valhalla-Reverb machen, alles aufdrehen, was geht. Hall und Size. Und wenn ich da jetzt hier den Sound reinschicke. Klingt der Sound wunderbar und auch extrem lange. Da kann ich so einen super Massive-Sound machen. Und natürlich könnte ich auch hingehen und könnte zum Beispiel sagen, naja, wenn ich das Modulationsrad wieder zurückdrehe, drehe ich zum Beispiel auch den Mixregler vom Reverb zurück. Zum Beispiel. Der halt sich jetzt hier noch, solange ich kann natürlich auch diese Resonanzen ins Negative hier drehen, dann klingt das schneller ab mit dem Delay. Da könnte ich zum Beispiel auch nochmal ein Makro, weil ich den nur zur Hälfte aufhabe, könnte ich zum Beispiel auch nochmal ein Makro machen. Und den quasi so zu machen. Und das Makro hier auch nochmal mit dem Modulations-Wheel. War jetzt falsch rum, glaube ich, was ich da gemacht habe. Ja, wenn ich so runterdrehe, geht der auf. Also machen wir das andersrum. Machen wir Escape, machen wir den zu. Wenn der komplett aufgedreht wird, ist der halb auf quasi. Und könnt ihr den mit dem Modulations-Wheel oder Modulationsrad dann einfach genauso ausmachen, auch wenn der hier noch lange weiter hallt und macht und tut. Trotzdem ist der Sound weg. So, das war es jetzt aber an der Stelle wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kommentiert schön fleißig. Das hilft mir sehr viel. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Wir haben uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.